Ja, da bist du ja wieder. Gell? Nix gefunden da unten. Das hab ich dir ja gleich gesagt. Guck hier. Die andere Hörnchen haben die da letztes Jahr immer geholt. Das hat dieses Jahr noch nicht einmal geklappt. Na, überlegst du dies nochmal. Jo, ich weiß. So, hier. Ui, bist du auf dem Spechtkasten? So, willst du jetzt den Nuss holen? Ja, siehste. Kann man doch nicht widerstehen, ne? Jo. Tja. Ja, die Nüsse sind unschlagbar. Und schon ausgepackt. Tja.